so leute ich bin jetzt nach 2624 kilometern in tarifa angekommen ja eine ganz schöne tour hier runter ich weiß schafft man auch schneller wenn man durchfährt ja ich habe jetzt drei tage gebraucht war trotzdem ziemlich happy ist okay ich habe vorhin noch mal bei einem händler angefragt der wechselt mir die reifen ich kann meine reifen da lassen und kann sie mir dann auf dem rückweg wieder abholen beziehungsweise kann meine reifen wieder drauf ziehen und dann noch damit nach hause fahren das müsste eigentlich reichen schon mal ganz gut da habe ich dann morgen termin morgen werde ich mir dann auch tickets besorgen und dann geht es am freitag rüber nach afrika sieht man wahrscheinlich nicht so richtig wirklich ist da drüben da will ich hin da ist marokko ja ich bin jetzt erst mal auf dem campingplatz werde ich jetzt die nächsten zwei tage bleiben und hoffe dass ich schaffe dann am freitag die fähre zu nehmen